Mitkommen! Fotografie ist so viel mehr als nur auf den Kameraknopf zu drücken oder einen Film zu entwickeln, denn man kann so wahnsinnig viel mehr machen mit den Bildern, die man da eingefangen hat. Und was mir jetzt gerade im Kopf rumspuckt, das zeige ich euch gleich. Aber erstmal müssen wir einkaufen, heute brauche ich ein Fachgeschäft. Da gibt es ein ganz Spezielles davon. Das gibt es nur hier, nirgendwo anders auf der Welt, also psscht! Funktioniert's? Funktioniert! Herzlich willkommen bei D18-Foto. Mein Name ist Dennis Etien und heute wird wieder gebastelt. Wie ihr seht, hier gibt es tausend Sachen. Scheren, Pinsel, so eine komische Paste hier und Holz und Lappen und alles mögliche. Wir haben heute ein bisschen Bastelstunde. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran, denn heute geht es darum, nicht mit der Kamera unterwegs zu sein, sondern mit den Bildern, die wir gemacht haben im Laufe des Jahres im Winter was Schönes zu basteln. Das Thema für heute ist Papierbilder auf Holz transferieren. Das klingt ein bisschen kompliziert. Ich zeige euch nochmal, was ich meine. Es geht darum, ein Bild auf ein Stück Holz zu kriegen. Das ist relativ simpel, die Idee. Und im Prinzip ist das sozusagen auch handwerklich einfach gemacht. Was wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz. Wir müssen jetzt einmal kurz umbauen und dann, ihr wisst schon, von oben runter und so. Also, Moment. So, was wir brauchen ist definitiv erstmal ein bisschen was Künstlerisches. Ein schönes Foto, was wir haben in Farbe, vielleicht auch was in Schwarz-Weiß. Den Kollegen hier kennt ihr. Das sind alles einfache Ausdrucke. Ich bin aber in den Copyshop marschiert mit einem USB-Stick. Ich habe gesagt, hier sind ein paar Bilder drauf. Drucken wir die mal aus. Wichtig ist, ab möglichst normalem Papier, so ein klassisches Druckerpapier. Druckerpapier, nichts Besonderes. Kein Hochglanz, keine Pappe. Einfach nur mal ein bisschen über den Laserdrucker schicken. Funktioniert übrigens auch mit dem Fotokopierer. Auch das geht gut. Ihr braucht halt irgendwas, was mit dem Toner arbeitet. In Farbe oder in Schwarz-Weiß. Völlig egal. Mit diesen Bildern machen wir jetzt was. Die sollen transferiert werden auf ein neues Material, auf Holz. In diesem Falle hier habe ich ein kleines Tablett gekauft. Und was wir noch brauchen, ist dieses Zeugs hier. Das nennt sich Podge, Fototransfer Podge. Das ist, manchmal steht da auch drauf, Fototransfer-Medium. Da habe ich noch ein bisschen Wachs, eine Schere, ein paar Pinsel und einen Schluck Wasser. Die alte Tasse. Die erste, die ich jemals hergestellt habe. Antik. Ich finde, sie ist ein bisschen schmucklos. Also ich finde, ich muss mal irgendwie überlegen, wie wir ein paar neue Tassen auf den Markt kriegen. Also das Ding ist irgendwie wirklich ein bisschen sehr areal auf schwarzem Quadrat. So, als erstes müssen wir mal gucken, dass wir dieses Bild schön zuschneiden. Weiß sieht man am Ende auch. Das heißt, der weiße Rand muss weg. Und dieses Foto soll jetzt hier auf diesen Holzrahmen, auf diese Holzplatte, übertragen werden. Das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen das Papier und malen diese Fläche und die Holzfläche an mit diesem Matsche-Patsche-Zeugs hier. Am Schütteln, damit das alles hier schön gut gemischt ist. So, kommt jetzt so ein schöner Klecks drauf. So, mal ein bisschen, dann kriege ich mal einen Schreck bei, seine Bilder so einzuklecksen. Mit dem Pinsel schön verstreichen. So, jetzt nehmen wir das Bild und legen es mit der eingematschten Seite nach unten auf den Holzrahmen so drauf, wie wir es nachher haben wollen. Da solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil nochmal wieder hochnehmen ist schwierig. Das heißt, am besten direkt so hinlegen, wie man es gerne hätte. So, schön andrücken und feststreichen. Und jetzt seht ihr, hier gibt es überall so ein paar Wellen. Das ist sozusagen Luftblasen drunter. Das Einfachste ist, dass wir einfach das Ganze jetzt ein bisschen rausbürsten. Ich habe hier so einen trockenen Pinsel und dann machen wir so ein bisschen alles glatt mit und versuchen, die Luftblasen ein bisschen rauszukriegen. Bei der Gelegenheit drücken wir das Papier auch schön gleichmäßig auf das Holz. 3, 2, 1, dann ist morgen und ich schnippe es jetzt und dann ist es tatsächlich morgen. Also 1, 2, 3, 3, 2, 1. Und ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Es ist der nächste Tag und dieses Ding hier ist schön durchgetrocknet. Das ist alles so, wie es sein soll. Und jetzt ist der nächste Schritt dran. Relativ simpel. Wir nehmen einen nassen Lappen, legen den da auch nicht drauf, drücken das Ganze ein bisschen an und lassen es 20 Minuten einfach stehen. Das Wasser soll quasi einfach in das Papier einsaugen, richtig schön durchsapschen das Papier, ohne dass man da Wasser drüber kippt. Das Ganze muss ein bisschen sanft passieren. Und das Ganze geht dann weiter in 20 Minuten. Also bis gleich. Ich glaube, die 20 Minuten sind rum. Wir können weitermachen. Das ist wunderbare Zeugs hier. Schöne Küchenlappen. Haben funktioniert. Das ist gut durchgesapscht. So, was wir jetzt machen müssen, ist dieses Papier, wie es hier ist. Es ist schön nass. Anfangen zu ruppeln. Und stückweise so das Bild freizulegen. Man kann das mit dem Lappen machen. Man kann das mit den Fingern machen. Ich finde das mit dem Finger ein bisschen einfacher, weil ich dann irgendwie ganz gut den Druck kontrollieren kann. Man darf nicht zu doll reiben, aber man muss schon ein bisschen Druck hinkriegen, damit man das Papier weggerieben kriegt. Je nasser das Papier, desto einfacher löst es sich auf in diese kleinen Papierwürstchen. Wenn ihr merkt, es hakt irgendwo, es bewegt sich nicht, ruppelt nicht zu doll, sondern feuchtet lieber noch ein bisschen nach. Dieses Bild hier wurde gemacht mit dieser schönen Heule. Dieses schöne Plastikteil hat, also auch vorne Plastiklinse drin. Entsprechend sind die Bilder, die sie macht nicht perfekt. Absolut nicht. Aber sie haben ganz tolle eigene Charakteristika. Das Ganze transferieren mittels eines Laserdruckers auf Papier, dann auf Holz übertragen. Auch das hat natürlich wieder gewisse Qualitätseinbußen. Aber es arbeitet trotz allem mit dem gleichen Bild und jede kleine Imperfektheit oder Unperfektheit macht das Ganze spannender, finde ich. Das heißt, man entlöst sich komplett von der Idee des perfekten Bildes, des perfekten Druckes. Das Ding könnt ihr im Prinzip einfach schicken, eine Digitaldatei irgendwie hin zu, keine Ahnung, zu Rossmann und die drucken euch das Ganze auf einen schönen Keilrahmen und die Welt ist in Ordnung. Das hier ist ein Prozess für Eigenwillige, die sagen, ich möchte noch mehr selber Hand anlegen und noch weiterarbeiten und ich habe keine Angst davor, wenn Dinge mal so ein bisschen aus dem Ruder laufen oder einfach sich eigenwillig entwickeln und einfach so ein bisschen das Abenteuer lieben beim Machen und der Kreativprozess sozusagen komplett in eigenen Händen behalten werden soll. Ich will das Ganze versiegeln mit dem Zeugs hier. Wieder ein sehr unperfektes Medium, ein wieder ein sehr auf Zufall ausgelegtes Medium, aber es macht echt einfach Spaß und es ist was Eigenes. Es ist nichts, was man kaufen kann. Es ist was ganz Besonderes, was man wirklich sagt, das mache ich jetzt hier nur für mich, genauso wie ich es haben möchte und keiner kann mir sagen, das darfst du so nicht machen. So, wir haben es geschafft. Das Bild ist fertig. Es härtet noch ein bisschen aus, das Wachs. Es braucht noch ein bisschen, aber ihr seht, es ist ziemlich cool. Es hat einen sehr eigenen Look. Es ist, wenn man sich das anguckt, es gibt sozusagen so eine matte Schicht, die trotz allem transparent ist und es ist durch dieses etwas dickere Wachs ein 3D-Effekt, finde ich zumindest. Es sieht anders aus als ein normales Bild, was sozusagen einfach nur auf Papier gezogen ist oder auf Holz gedruckt worden ist oder irgendwas. Durch dieses Wachs hat es einen gewissen eigenen Schimmer, eine eigene Tiefe. Ich finde das sehr spannend. Es ist ein unglaublich, also ich habe beim Rübergießen mich schon ein bisschen trauen müssen, weil ich dachte, jetzt ist das alles hier schön ausgearbeitet und dann kippst du da jetzt Wachs drüber und es kann natürlich auch am Ende so sein, dass dieses Wachs das ganze Bild dann versaut. Das kann schon passieren, aber ich finde, es ist sehr schön geworden. Das kommt definitiv hier bei mir in meine kleine Galerie. Wenn es euch gefallen hat, dann trinkt erstmal ein Stück Kaffee auf mich und einen zweiten auf euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bitte abonniert diesen Kanal, falls es noch nicht getan hat. Finde mich bei Facebook unter D18-Foto auf meiner Homepage www.d18-foto.com Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und was wir jetzt machen, weiß ich noch nicht, wird auf alle Fälle spannend. Tschüss! Tschüss! ikk